Hallo und Herzlich Willkommen zur neuen Folge LS19 auf der Mühlenkreis-Müttellanze. Wir sind ja hier am Ansehen und da machen wir auch gleich weiter. Denn der Mais muss in die Erde wieder. Schon zwei Runden vorgewendet hat man ja gesagt. Damit wir hier auch vernünftig von A nach B oder C und D drehen können. Oh, da haben wir es vergessen. Da sind wir ein Stück schief gefahren. Aber es ist nicht so schlimm. So, nochmal ein Stück. Jetzt müssen wir mal nach hinten drücken. Dann müssen wir es weg haben. So, und los geht's. Volle Kraftfahrts. Und nochmal die Unkrautbekämpfungsgeschichte kennen, wenn wir vorher fertig sind. Ich denke, ist es wohl mal. So. 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 Vorgewende hätten wir jetzt beendet. Zeck. Um hier. Ach man. So. 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 Das Handy vibriert. Das ist eine wahre Freude. So. Jetzt gibt es ein neues. Instagram. Nog was vom Aral. Zum Feldmörder. Guck mal. Vielleicht bist du jetzt endlich im Blinkspace. So. Gucken wir da mal schnell drauf nebenbei. Schönen tue ich jetzt nix. Schönen tue ich jetzt nix. Das ist so. Für ein neues Foto sehe ich jetzt nix. Aber passt schon. Vielleicht wird jeder was kommentiert. Und ihr schickt mir gleich eine Nachricht bei welchen ich abonniert habe. Aber egal. So. Let's go. So ist das mit Instagram. So. So. All das mit Instagram. So. Tカ minus. So. So. Wow. So. hochladen sagen wir mal real life passiert nicht so viel spannendes dass ich dann unbedingt jeden Gleib über die Nase halten muss und in S sagen wir mal so ist mein Limites was ich so verzappel da brauche ich jetzt einfach nur noch Fotos hochtackern da hör oh he jetzt geht es los und gerade ich werde lege ist man gar nicht recht fertig geht das los mit dem Unkreis kriegst die Tiere nicht zu aber das Feld kriegt man ja heute fertig darf halt abziehen und dann ziehen wir es mal durch und dann noch ein Stück zurück und dann ziehen wir es mal durch und dann noch ein Stück zurück und dann bin ich doch ein bisschen schief geeiert aber nun bin ich perfekt und ich brauche alles Freestyle dann kann ich mir das erlauben sooo die Le jetzt gehts hier weiter und weiter und weiter und weiter und dann sieht die Kochweiß aus wie frisch aus dem Kalkwerk oh gut ich freue über Kalk hängt vielleicht damit zusammen F vill Golf nunja 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 sozusagen quasi als auch стран 션 Feld 2, Flug und wie beendet. Ist jetzt noch eine Bahn, muss ich grob schätzen, dann müssen wir es haben. So, um hier. Und da geht es zum Endspurt. Jawohl. Wenn ich mir alles zu schief vorsieht, sieht es gut aus mit einer Bahn. Aber guck mal, wo man eventuell das, da sieht es aus, muss es passen. Und da kommt schon so ein Grad, das ruf wird schneller, wie ich mit dem Zeug drüber fetzen kann. So, und rum. Und wiederum, wiederum. So. Einen Stopp. Da kann man schon mal nach oben ein Stück gehen. So, gepasst. Oder nicht. Neu ansetzen, bisschen weiter drüben. So. 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 Halt. Absenden wir auch noch was vom Vorteil. So. Jetzt rutscht er garter Kontrast. Weiße. Weiße Räder, weiße Felgen. Dann die Kotflügel hinten und vorne. Immer in Schwarz und immer in Rot-Schwarz. So. Seht schon Krasotowski aus. Ich würde mal ein Foto machen. Und. Zack. Hammer. So, Hammerpump mir schon gerettet. Und hier. Sooo, Delay. Vielleicht haben wir das erste Waden fertig. Gucken. Ok, ja. Ach, jetzt kommen wir rüber. Und schon mal die Straße, ich würde mich sperren. So, jetzt die Straße über Bild. Oh, das war knapp. So, jetzt kurz. Und ab. Hier auf der Straße kommt ja nichts. Das ist mein Glück. Das ist ja sowas wie Privatweg. So. Und ab. So. 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 Ja. Ich sehe nix, Plütenbäume, das ist aber besser. Ein Stück rüber und bleib am Bruchstein hängen. Ich wollte ein Stück rüber, um nie hängen zu bleiben und trotzdem hängen geblieben. Augenmaß wie ein Fläscher, denn also muss ein Stück mehr sein. So, das ist die Wundervoll-Grennt. Das ist die Wundervoll-Grennt. Das ist die Wundervoll-Grennt. Das ist die Wundervoll-Grennt. So, weiter geht's. So, weit zu gut. Sprach der Mut. Das ist die Wundervoll-Grennt. Das ist die Wundervoll-Grennt. Das ist die Wundervoll-Grennt. Das ist die Wundervoll-Grennt. 1. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 6. 5. 6. Ja gut, aber ich unterkommt mal viel Dingsbums. Ok Unkraut. Ob ich da mein Stress nicht so schnell passiert hier unten? Ich möchte mal E-Feld fertig haben bevor es Unkraut kommt. Fertig werden sieht es relativ gut, aber es ist ein Wunderspiel. In der Folge nicht kann es schaffen, mache ich den Rest immer fertig. Dann kann man in der nächsten Folge mit dem Unkrautbekämpfung anfangen. So sind ja schon mal die Grobenpläne. Mit unserem meistgefährten Fahrzeug da. So. 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 Und wie gesagt jetzt noch für die Pilze bleiben. Dann wird es nicht. Dann haben wir die Spurschirmation. So machen wir jetzt bitte das kleine Stückchen hier vorne, aber das werde ich wie gesagt immer aufmachen. Wenn es euch gefallen, lasst einen Däumchen da und ich bin raus, tschau tschau, sagt euer JASO.